Warme Beige und Brauntöne erobern gerade die Modewelt und ganz, ganz wichtig sind die Themen Karo und Kort. Durchaus auch mal in hellen Nuancen, Karamellnuancen, Cognac-Nuancen sind ganz wichtig. Und die Schuhmode dazu kann sehr, sehr beliebig sein. Ich kann das natürlich gut stylen mit allem, was Richtung Western geht, mit Kroko und Schlangenoptiken. Ich kann es aber auch ein bisschen kerniger machen, dass ich wirklich kernige Outdoor-Boots dazu kombiniere, um eben auch einen Stilbruch zu erzeugen. Ja und das gleiche gilt natürlich auch für Männer. Der Kortmantel ist das modische Muss, ebenso wie die Karo-Hose und auch dazu kernige Schuhe, Obermaterialien, die so ein bisschen Fettleder haben zum Beispiel. Dazu eine dicke Profilsohle und das Ganze dann eben gemixt in diesen braun-beige Sandtönen. Das sind schöne Herbstlooks für diese Saison.